Ich muss mich jetzt beeilen, weil mein Handy nicht so lange aufnehmen kann. Also, Thema der Woche ist, wie wäre mein Leben als Bioman gewesen? Ja, ich muss mich kurz fassen. Also, ich hätte... Also, mein Leben wäre auf jeden Fall in vielen, beziehungsweise fast allen Dingen leichter gewesen. Zum Beispiel... Was ist das jetzt hier? Sorry. Ja, zum Beispiel in Klamotten, weiß ich nicht. Ich wäre vor vielen blöden Situationen bewahrt gewesen. Aber das ist jetzt deutsch. Ihr versteht mich. Es ist warm und ich kann nicht so schlaue Sachen von mir geben. Ich hätte mich nicht überall outen müssen. Und das kommt ja jetzt auch nicht jeder damit klar. Und ich hätte halt auch nicht so... Oder ich müsste auch nicht so leiden. Weil ich kann ja kein normales Leben führen. Und da leidet man schon drunter. Also, irgendwann gewöhnt man sich dran und es ist okay. Aber trotzdem... Also, auch vor den OPs, da leidet man schon sehr drunter. Und gerade bei so den Temperaturen. Und das hätte ich dann alles nicht gehabt und es ist ja schon sehr viel wert, finde ich... Ja, andererseits, ich wäre ein... Glaube ich als normaler Mann, ein normaler Mann, als Bioman... Totales Arschloch. Ja, ich bin jetzt schon auch ein Arschloch, aber... Ich wäre ein total intolerantes Arschloch. Und das bin ich nicht. Also, wäre ich geworden, aber bin ich jetzt zum Glück nicht. Weil ich glaube, ich wäre total homophob. Das wäre jetzt natürlich total paradox, wenn ich es trotzdem wäre. Ich sitze ja da irgendwie mit im selben Boot, wie der Finn schon gesagt hat. Wir sitzen alle irgendwo mit im selben Boot. Und das wäre ja total dumm, wenn wir homophob wären. Und ich glaube, es wäre eigentlich... Also, es hört sich total dumm an, dass ich das von mir denken würde. Aber dadurch, dass ich das alles miterlebt habe, bin ich da irgendwo mit betroffen. Und wäre das nicht der Fall, denn... Weiß ich nicht. Ich würde mich so einschätzen, dass ich dann so ein bisschen... Ja, was gegen so eine Leute haben würde. Und ich finde es gut, dass ich das jetzt nicht tue. Und... Ja, wie wäre mein Leben als Bioman? Wahrscheinlich auch total langweilig. Also... Keine Ahnung. Bestimmt. Dann wäre ich ja so normal. Und normal ist ja bekanntlich langweilig. Meine Haare sehen halt auch nicht normal aus. Ja, ähm... Ja, ich muss mich kurz fassen. Ich weiß doch gar nicht, wie lange das Video jetzt macht. Ja. Ich wäre ein Arschloch gewesen. Hab ich gesagt. Mein Leben wäre so wahrscheinlich total langweilig. Aber auch einfacher gewesen. Ähm... Ich glaube, ich wäre einfach ein total anderer Mensch gewesen. Und... Ja... Das ist, glaube ich, alles, was ich dazu schon sagen kann. Ich habe gesehen, die anderen machen total lange Videos, aber ich weiß gar nicht, was ich da so lang... Ich darf es die Kamera so lange so dazu sagen soll. Ähm... Ich beende das, bevor es wieder abbricht. Ähm... Ähm... Ja. Ja. Bis dann, Leute. Ciao. Ähm... Ähm... Ja. Ja. Ja.